liebe freunde und damit ein herzlich willkommen zu farkai 5 schön dass ihr einschaltet mein name ist aldo und wir machen jetzt weiter wo wir letzte folge aufgehört haben und zwar müssen wir fleisch von überfahrenen geweiht tragenden tieren sammeln wo sollen wir hin ok ok was haben wir denn hier wo ist das ein feind Ach komm wir schwimmen einfach. Oh scheiße. Okay. Ich glaube wir brauchen Wagen. Oh Gott da ist ne Bär. Okay. Oh da sind Gegner. Oh ja. Skatien jetzt ja. Wo bist du? Okay der ist tot. Ich rücke vor. Oh der hat den Mann gekillt. Okay. So. Ach was haben wir denn hier oben. Liegt hier irgendetwas? Nee. Okay. Jetzt ne Kott. Unterwegs. Ah was haben wir denn da? Da drüben siehst du? Ich muss schon jetzt überfahren. Oh mein Gott. Der lebt immer noch. Der will einfach nicht sterben. Der steht immer noch auf. Oh scheiße. Ja ja. Ach halt die Frasse. Ich rücke vor. Ja super. Nach dir. Endlich. Wurde auch mal Zeit. So. Wie müssen wir das jetzt machen? Verstehe ich nicht. Los jetzt. Ach du Scheiße wie der hier gestorben ist. Sag Bescheid wenn du was findest. Okay. Okay. Ich brauche dringend Neubahnen. Pick up. Pick up. Die nehmen wir jetzt. Die nehmen wir jetzt. Die nehmen wir jetzt. Oh das ist der Rauch. Eliott Haus. Authentic. das ist jacob nur das prepuffsteck enttickt befehl der sekte trainer wir haben von jacob den befehl erhalten eliot und seine familie aus ihrem haus zu entfernen sie sind schon zu lange ein stachen in unserem arsch vergiss nicht in ihrem bunker nachzusehen dort könnte sich sich dort könnten sie sich verstecken tue was immer du für nötig als billy das mädchen hat mir mal geholfen auch ok wenn du nicht antwortest muss ich dir das ist nur ein typ mit ner wasser wie schwer kann das sein ha wie der gestorben ist wir sind so krass so angel halte ganz gedruckt um drücke r1 um zum werkzeug gerade zu wechseln drücke direkt um die verfügbaren fliegen durchzuschalten ok mit r2 gedrückt um auszuholen das kommt später leicht angekokelte notiz ich weiß dass du uns gewarnt hat ist doch jetzt ist es zu spät wir dachten wir dürften damit fertig aber wir hatten keine ahnung welche ressourcen jacob zum einsatz bringen würde aber wir werden nicht aufgeben das ist unser land bei gott und niemand nicht die regierung nicht die armee und ganz bestimmt auch kein religiöser jahre wird uns je davon vertreiben zumindest nehmen wir so viele von denen mit mit wie wir nur können rein idiot mhm no hey schau mein boll so komment so was gibt es denn hierzu so so hier haben wir das bunker verschlossenen schlüssel benötigt das ist total geil so ein paar peggy jäger aufzuspüren und einzeln abzuknallen das macht mich echt scharf tja 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 hast du den schlüssel? ja? sag es Können wir hier rein? Hm. Auch nicht. So, wo ist das Schlüssel? Guter Fund. Mhm. Oh, da kommt jemand. Sehr schön. Sei bereit, was hast du da? Oh, da kommen noch Welte. Das ist die Schock. Ach du Scheiße. Jetzt kommt da noch eine Bär. Sehr schön. Stellung 6. Ich hab dich einfach in den Nia. Die schocken. Ich hab dich nicht. Ich hab dich ja nicht. Ich hab dich nicht. denn hier wie kommen wir dahin da müssen wir irgendwie nach oben klettern jetzt was ist das zombie comic nice ja die tür geht nicht auf ähm bleib mal ruhig hallo geh mal weg so wir sind ganz oben hier waren wir noch nicht oder nee okay hier sind wir richtig was 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 haben wir hier schlüssel sehr schön dann gehen wir mal hier raus oder ja oh 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 das ist das und kommt her oh 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 money ein vorteilspunkt was ist das was ist das stand for for its sake was ist das was ist das was ist das okay ist war Ah, was haben wir denn hier? Sind das die ganze Bunker? Warte mal, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Ah, hier sind wir, oder? Ja. Okay. gehen wir mal raus so jetzt ist es schon dunkel geworden warte wir haben vorteilspunkte erhalten oh yeah 8 wie viel habe ich 6 verfügbar ok schalt den wingsuit frei scherz nachland ziehen und wechseln von edm gs werfen werfen und fernwiff ok schaltet kette und wurf aufwaffen seitdem auf dem tag drum frei ok dschungelkönig schweißbrenner ich hoffe wir machen die hier schweißbrenner ja das ist doch geil ich habe ja nicht von allein charakteranpassung krass was haben wir denn hier so schweißbrenner so k Okay. Na egal, machen wir weiter. Er ist tot. Oh, das sieht aber mega geil aus. So. Zu viele Leute sind verschwunden. Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, ob sie ein Führer hat. 2, 2, 3, 5 Warte, wir sind in der Angre. Night so und jetzt L2 Leine hole Ah, jetzt Oh, Pekka Schaffen wir uns diesmal Ah, da kommt ein Fisch Und Ne Oh, da hinten sind Fische Hmm Ja und Kommt da jetzt was Ne Vielleicht weil das Nacht ist Naja Liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt mit dieser Folge geschlossen Und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter Schön, dass ihr da wart Und bis zum nächsten Mal